Was findest du eigentlich an mir? Ich weiß nicht, ich mag deine ganze Art irgendwie. Du bist so eine richtige eiserne Lady. Ach Gott, verdammt! Nicht du auch noch? Ich bin auch eine Frau, Mann. Ich bin eine Frau. Ja, aber irgendwie auch nicht. Ja, sei nur ehrlich, doch. Ich mag ehrliche Leute. Sonst immer nur Heuchler alles. Wie kommt man bloß zu so einem Amt?